Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Okami. Wir sind hier an einem neuen Speicherort anscheinend. Naja, auf jeden Fall bei der Zugbrücke. Ähm, was gibt's denn hier bei euch so zu wissen? T-Käufer. Hey du, der Hündchen, du möchtest auch rüber in die Stadt. Ich befürchte, niemand wird hier irgendwo hingehen, solange die Zugbrücke oben ist. Nicht einmal die Wachen hier wissen, warum sie hochgezogen wurde. Ich wette, da geht irgendetwas sehr Merkwürdiges vor sich. Äh, sicher. Hey, du kannst bestimmt verstehen, was ich sage, stimmt's? Soll ich dir ein Gerücht erzählen, von dem ich gehört habe? Puh. Einscheinend gibt es eine mysteriöse Krankheit in der Stadt des Saiyan. Normalerweise würde ich so ein Gerücht natürlich nicht glauben, aber als ich es hörte, das erste Mal gehört habe, gehört habe, wie auch immer, plopp. Nun, es war genau zu der Zeit, als die Zugbrücke hochgezogen wurde. Wenn die Gerüchte stimmen, dann nehme ich mal an, dass es keine Eile hat, hier zu verschwinden. Macht Sinn. Frau Ananas. Oh, was für ein süßes kleines Hündchen. Hängst du hier auch fest? Diese große Brücke da drüben. Die Menschen nennen sie die große Zugbrücke. Wie auch immer. Das ist die Verbindung zwischen der Tacker-Ebene und der Stadt. Und wie du sehen kannst, halten sie in diesen Tagen die Brücke geschlossen. Ich frage mich, was in der Stadt wohl los ist. Tja, wir haben ja schon ein Gerücht gehört. Oh, Baum. Bitteschön. Habe ich gerne gemacht. Ähm, ich sehe Feuer. Ich habe ne Idee. Was? Hilfe, was ist passiert? Höh? Was? Äh, 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 äh. Äh, äh, ich bin unschuldig. Äh. Yuichi. Was um alles in der Welt? Das ist ja furchtbar. So etwas ist niemals vorher passiert. Mein Fall stand auf einmal in Flammen. Äh. Ach nein. Er satt mich daran. Dass ich... Dass ich da ja etwas in der Stadt zu erledigen habe. Nur um zu sehen, wie die Zugbrücke wieder unten ist und das alles. Äh, da gehe ich mal besser wieder auf mein Wachposten. Oh, in der Stadt. Und das sage ich nicht, um mich zu verdrücken. Und Abenteuer zu erleben. Yuichi, der große Bögenschütze, würde niemals von so einer Tat träumen. Nun, auf Wiedersehen und viel Glück. Alter. Ich glaube, wir hätten erst mit ihm reden sollen. Ich habe zu gut die Ideen. Alter Schwede. Damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Tut mir leid. Äh, Händler. Was hast du denn so zu verkaufen? War das Absenken der großen Zugbrücke schon immer so ein Ereignis? Naja, ich vermute mal, jetzt wird, äh, wird hier mehr los sein. Vielleicht bleibe ich hier und baue mein Geschäft hier auf. Hey, du bist mein Akkundehündchen. Was darf ich dir bringen? Ähm, ich hätte gerne neue Waffe oder Goldstaub. Hast du beides nicht. Also, tut mir leid. Ich bin nicht interessiert an einem Kauf. Na, das ist aber ein motivierter Wachposten. Wer da, was, äh, was ist passiert? Wann ist die Zugbrücke heruntergelassen worden? Mist, jetzt habe ich den großen Augenblick verpasst, weil ich geschlafen habe. Und schon schläft er weiter. Alter, was ist das für eine Wache? Das, na, knarf. Und sowas steht Wache. Das, ja, das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Warum? Leute, wenn ihr Leute, wenn ihr irgendjemanden einstellt, dann achtet wenigstens darauf, dass er... Naja, zumindest nicht dauer schläft. Oh, Truhe! Bullenhorn. Ha, ich kenne die Schätze langsam auswendig. Was ist das? Das ist ein Grab für einen Reisenden, der gestorben ist, bevor er die Stadt erreichte. Was für ein Jammer. Möge er in Frieden ruhen. Der Arme. Das sieht so verflucht aus. Kann ich dir irgendwie helfen? Bitte, ich will dich restaurieren oder blühen oder was auch immer. Es hilft anscheinend nicht. Okay. Ist schon, sagst du vielleicht noch was? Nein. Schade den armen Reisenden, aber okay. Passiert halt. Manchmal. Okay, was sagt ihr denn jetzt so? Ich dachte, das Geschäft würde mit der herabgelassenen Zugbrücke besser werden. Aber es ist genauso ruhig wie vorher. Ist irgendetwas Besonderes los da drüben in der Stadt? Vielleicht. Der Teeverkäufer? Ach nee, der Teekräufer. Die Leute können wieder kommen und gehen, jetzt wo die Zugbrücke unten ist. Aber wenn es wahr ist, denn es eine mysteriöse Krankheit in der Stadt Saiyan gibt, dann ist es jetzt vielleicht kein guter Zeitpunkt, die Brücke zu überqueren. Naja, das musst du für dich selbst entscheiden, aber mich stört es gerade ein bisschen, dass wir wirklich mit Yuichi vorher nicht geredet haben. Ich habe meinen Namen über zwei Minuten lang hinweg gemerkt. Oh mein Gott, ich bin so gut. Mutterbaum. Schriftrolle enthält nützliche Informationen. Lese ich vielleicht irgendwann mal vor, wenn ich Lust habe. Irgendwann. Das sieht mir doch stark danach aus, als ob ich da irgendwie hin kann. Hier muss doch eine Blume sein. Da muss einfach eine Blume sein. Okay. Hier ist ein Boot. Was passiert? Ich fahre übers Meer, übers Meer. Ich fahre nicht übers Meer. Egal. Dann halt nicht. Noch ein Boot. Dann fahre ich halt mit dem. Nein! Amy! Spring! Aus dem Wasser! Greif das Boot an! Willst du mich verarschen? Du kannst nicht ins Boot springen, aber auf dem Steg. Okay. Mal gucken, was für eine Kreatur sich hier unten versteckt. Ja, ich weiß, wer noch die Perlenkette ausgerüstet, aber das wollte ich ja mal ausprobieren. Alter Schwede! Okay, ich muss mal kurz jemanden anpinkeln. Hahaha! Wie geil! Es klappt! Und drei... Alter Schwede! Ich pinkel dich an. Ich schlitze dich auf. Alter! Wie cool! Wie viele Dämonenzähne waren das jetzt in dem Kampf? Alter Schwede! Nicht schlecht! Sieben Stück! Ich glaub vorher hatte ich sieben... Äh... Sechs... Ne, 25. 25 hatte ich, glaub ich, davor. Sieben Stück! Nicht schlecht! Äh... Ihr fresst alles, deswegen geb ich euch Fisch. Geht nicht. Ich geb euch Grünfutter. Geht nicht. Ich geb euch Fleisch. Geht nicht. Okay, dann geb ich euch halt Samen. Von wegen Allesfresser. Ich nehm alles zurück. Okay. Schweinchen gefüttert. Hahaha! Ich fühl mich jetzt gut. Was ist das da hinten für ein Wirbel? Da hab ich eigentlich auch gleich ne Idee. Aber erst gleich. Okay. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir blasen das Feuer aus. Hat anscheinend schon gereicht. Verstreute Perle halten. Yay! Und, äh, jetzt... Ja, ist okay, Spiel. Ich, äh... Mach's ja schon wieder Nacht. Ich weiß nämlich gerade nicht mehr, wo das Teil lag. Das kann ich mir nicht über zwei Sekunden lang merken. Ich hätte auch einfach nachgucken können. Geht nicht. Was seid ihr? Biber? Biber, Biber, Biber! Biber, 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 Biber. Genauso reden die. Naja, nicht wirklich. Okay. Oder ein Otter. Was war nochmal der Unterschied? Otter, Biber, Biber, Biber waren auf jeden Fall die Nager und Otter... Nein, das ist ein Waschbär. Ja, es ist ein Waschbär. Die Nase verrät es. Otter und Biber haben eine eher stumpfere Nase und die haben eine spitze Nase. Von daher können das keine Biber oder Otter sein. Dementsprechend müssen das Waschbärn sein. Nehme ich einfach mal an. Ich will dich aufnehmen. Ah, ich hab dich im Maul. Moment, ne, das kann ich nicht bringen. Komm, geh runter. Lauf zu deiner Familie. Oh, er freut sich. Okay, gibt's hier... Da oben gibt es noch was. Da will ich hin. Wie komm ich da hin? Oh, hier gibt's aber auch noch ganz viel Zeug. Ah, komm her, Zeug. Nettes Zeug, liebes Zeug. Noch eine verstreute Perle. Wie geil. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und hier noch eine vielleicht? Das ist eine falsche Stelle, natürlich. 20 Gründe, warum man... ...das gewünschte Ereignis nicht triggert. Wie komm ich da oben hin? Ach, tatsächlich. Da oben ist ne Ranke. Ah, okay, okay. Ich versteh's, ich versteh's, ich versteh's. Nicht so ganz, weil... ...jetzt die Ranke weg ist. Wo ist die Ranke hin? Ähm... Pfff. Äh, I don't get it. Was ist hier los? Äh, nein, bitte auf dem Teil stehen bleiben. Ähm. Nein, ich wollte noch nichts zeichnen. Was ist hier los? Warum kann ich mich nicht mehr ranziehen? Ach, nee, das war Feuer gewesen. Verdammt. Äh, generv, generv, generv. Ja, toll. Wie komm ich da hin? Ja, verdammt. Ich hasse das. Ist das wirklich nur Feuer? Ja. Okay, dann lösche ich dich einfach mal mit Wasser da oben. Mit Wasser. Ach ja, genau, da ist Wasser. Hab ich ganz vergessen. Ähm. Ach komm, ich blase dich wieder aus. Wie komm ich da hin? Auf der Rückseite vielleicht irgendwas? Hm. Nee, das sieht alles ja gleich steil aus. Die Frage ist, wie kommt man da hoch? Da ist doch was. Ist vielleicht auf der Rückseite irgendwo was tolles, wo man sich hochziehen kann. Nein. Wie kommen wir da hin? Wie kommen wir da hin? Können wir später fliegen? Hm. Ah. Okay. Ich sehe etwas. Ich sehe etwas. Ich sehe etwas. Wir kommen irgendwie ran. Die Frage ist nur, wie... Äh, also... Ja, wir müssen irgendwie drankommen. Die Frage ist nur, wie... So. Nein. Nicht zeichnen. Nicht zeichnen. Ich stehe direkt da drunter. Aber es öffnet sich nicht. Okay, das heißt, hier irgendwo gibt es ein Teil, wo wir ran können. Haltet eure Augen offen, Freunde. Haltet sie offen. Seht ihr schon was? Ich sehe überhaupt gar nichts. Ähm. Wo könnte da was sein? Also, wenn ich ein Game-Designer wäre, dann würde ich das da oben direkt am Kamm entlang gehen lassen. Das heißt, es müsste eigentlich da hinten schon starten. Und dann müsste man sich mega weit rüberziehen. Alter Schwede. Okay, nach oben gucken. Da ist... Da ganz oben ist was. Okay, ich glaube, meine Vermutung ist richtig. Ob ich mich darüber freue, weiß ich noch nicht. Und ob ich genügend Tinte habe, weiß ich auch noch nicht. Aber wir werden sehen. Wir wissen auf jeden Fall jetzt schon mal, okay, es gibt einen Weg. Das ist gut. Die Frage ist... Ah, da oben gibt es auch noch eins. Ach nee, da fängt schon an. Oh Gott. Ich kann nicht drauf stehen bleiben. Okay, wir müssen in einem Rutsch durch. Ich bezweifle, dass wir genügend Tinte haben. Vielleicht füllen wir noch eins im Zwischendurchlauf auf. Aber... Ganz ehrlich. Ah, da drüben. Okay. Hussah. Erhaltend Drachenstatue. Okay. Sehr schön. Okay. Wir haben einen Weg gefunden. Oh Gott. Das sind doch... Das reicht doch ewig nicht mit unserer Tinte. Oh Gott. Okay, wir sind voll. Und wir gehen... Weiter. Komm schon. Nein. Es... Wir müssen es in einem Rutsch schaffen. Hilfe. Okay, das macht es aber jetzt ein bisschen einfacher, seit ich weiß, dass die Elemente so ein bisschen farblich markiert werden mit dem Pinsel. Muss ich mal sagen. So kann ich wenigstens sicher gehen, dass ich den Anfangspunkt richtig setze. Oh Gott. Nein, 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 nein. Komm schon. Nein. Ach, das ist doch Hohn. Verdammt, wir haben ein Tintenfläschchen zu wenig. Okay. Das schreit einfach nur nach einer Sache, die wir tun müssen. Wir müssen Tintenstein opfern. Tut mir leid. Aber es geht nicht anders. Das ist jetzt ein bisschen doof. Oder können wir den nur im Kampf aktivieren? Ich weiß es gerade nicht mehr. Äh, Sachen? Ne. Einfach nur zeitweise. Okay. Das heißt, wir laufen jetzt erst nach oben hin. Gehen auf die Zwischenplattform und dann aktivieren den Tintenstein. Dann aktivieren wir den Tintenstein. So, das wollte ich sagen. Ah, Kamera bitte. Danke. So. Ich meine, bis dahin schaffen wir es ja auf jeden Fall. Aber danach... Ich wette, danach bekommen wir erst wieder einen Tintenstein. Das wäre es eigentlich. Yay. Die Pflanze ist offen. Können wir schon zum nächsten? Wo war die Nummer? Nein, können wir nicht. Okay. Dann halt so. Und direkt zum nächsten. Ich wollte schon direkt zum nächsten, Amy. Okay, war die jetzt... Nein, die war erst da. Dann da drüben. Nein! Nicht runterfallen. Okay. Das passt auf jeden Fall noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Ähm... Tintenstein. Go! Unbegrenzt Tinte. Amy, mach Zeug, schnell! Ja... 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 Okay... Wir schaffen das. Kein Problem. Sagte er. Und hatte Panik. So, ja... Weiter, weiter, weiter. Komm schon, bald haben wir es geschafft. Ich sehe es noch kommen. Am Ende muss man erst den Wirbelsturm machen. Moment, bevor ich das jetzt irgendwie vergesse. Erstmal blase ich da die Fackeln aus. Weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass dann einfach das Spiel sagt, nö, ich kick dich jetzt mit den Flammen runter. Das wäre zwar richtig scheiße, Assi, aber... Falle ich an der richtigen Stelle runter? Och ja, gut. Ah, erhalten, verschreute Perle! Und jetzt? Keine Ahnung. Nacht machen. Wenn es hier drauf noch was geben würde, ich würde so kotzen. Nein, hier ist nichts drauf. Jetzt die Frage, ist bei dem anderen was drauf? Ich gehe den gleichen Weg wieder zurück. Es hat nicht geklappt. Nein! Komm schon. Nein, 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 nein. Okay, ich komme nicht mehr auf den gleichen Weg zurück. Na, verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Okay, dann laufen wir einfach nochmal ganz normal zurück. Und wir sind eigentlich schon wieder bei 20 Minuten angekommen gleich. Ähm, ich würde sagen, das mache ich aber noch kurz in diesem Part. Alter Schwede! Aber eigentlich haben wir dann hier alles erkundet, was überhaupt geht, oder? Ich meine, wir haben jetzt zwei Perlen gefunden. Das ist für so ein kleines Gebiet eigentlich akzeptabel. Ich sage, wir haben drei Perlen gefunden, aber es fehlen noch zwei weitere. Wo sind die? Äh. Okay, anscheinend kommt man dann irgendwie noch irgendwo anders hin. Hilfe! Ich habe keine Ahnung wo. Hm. Ähm, kann ich vielleicht unten schon dran? Nein. Nein, 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 Amy! Was tust du? Oh, wir werden aber schön hier lang getrieben. Das ist geil. Ähm, wir ertrinken aber auch. Nein! Wie cool! Wie cool! Warte mal, kann ich dagegen wehen? Ich würde gerne dagegen wehen. Es klappt. Wie cool! Das ist richtig nice. Das ist ein richtig nettes Feature. Äh, okay. Äh, dauert jetzt gerade doch zu lang. Ich bedanke mich vielmals für's Zusehen und sag dann einfach mal bis zum nächsten Mal. Und, äh, ciao, ciao! Ciao! Äh, wah-ah-ah-ah-ah! Äh, też!